Original Multiple Choice, dies ist eine Mehrfachauswahl. Und die Mehrfachauswahl lautet, welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. Die Kriterien für die Zuordnung einer Verhaltensstörung zur Kategorie Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle sind nach ICD-10 bei folgenden Fallbeispielen erfüllt. A. Eine 24-jährige Frau stiehlt mehrmals im Monat ohne Motivation im Supermarkt Lebensmittel. Direkt vor den Diebstählen ist sie sehr angespannt und danach spürt sie Befriedigung und auch eine Abnahme der Anspannung. Die gestohlenen Lebensmittel verschenkt sie. Zwischen den Diebstählen leidet sie an Schuldgefühlen. B. Ein 30-jähriger Mann legt einmalig einen Brand ohne erkennbares Motiv. Nach der Tat zeigt er eine große Erregung und beobachtet das Feuer. C. Ein 17-jähriger Jugendlicher stiehlt mehrmals pro Woche eine Flasche Wodka, um diese nach gleich vor dem Supermarkt zu konsumieren. Nach seinem 18. Geburtstag trinkt er mehrmals pro Woche jeweils eine Flasche Wodka gleich vor dem Supermarkt, nachdem er sich diese zuvor legal gekauft hat. D. Ein 42-jähriger Manager verliert beim Roulette-Spielen im Casino bei jedem Einsatz mehrere hundert Euro. Nachdem er von seiner Frau kritisiert wird, spielt er nicht mehr. E. Ein neunjähriges, normal intelligentes Mädchen reißt sich täglich Kopfhaare aus, was schon zu sichtbarem Haarverlust geführt hat. Den Eltern kann sie keinen Grund für ihr Tun nennen. Sie sagt, sie wolle damit aufhören, könne aber nicht. Die ausführliche neurologische Untersuchung ergibt keinen pathologischen Befund. Wahn und Halluzination bestehen nicht. Nochmal die Kurzform. Zwei Antworten bitte wählen. Abnorme Gewohnheiten und Störung der Impulskontrolle. Fallbeispiele. A. 24-jährige Frau stiehlt mehrmals im Monat ohne Motivation im Supermarkt Lebensmittel. Direkt vor den Diebstählen ist sie sehr angespannt. Danach spürt sie Befriedigung und auch eine Abnahme der Anspannung. Die gestohlenen Lebensmittel verschenkt sie. Zwischen den Diebstählen leidet sie an Schuldgefühlen. B. 30-jähriger Mann. Einmalig Brandlegung ohne erkennbares Motiv. Nach der Tat große Erregung beobachtet das Feuer. C. 17-jähriger Jugendlicher mehrmals pro Woche stehlen Flasche Wodka, um diese gleich vor dem Supermarkt zu konsumieren. Nachdem er 18 ist, trinkt er mehrmals pro Woche eine Flasche Wodka gleich vor dem Supermarkt, nachdem er sich diese zuvor legal gekauft hat. Bei ihm wurde eine Alkoholabhängigkeit diagnostiziert. D. 42-jähriger Manager findet beim Roulette spielen im Casino bei jedem Einsatz mehrere hundert Euro. Nachdem er von seiner Frau kritisiert wird, spielt er nicht mehr. Und E. 9-jähriges, normal intelligentes Mädchen reißt sich täglich Kopfhörer aus, was schon zu sichtbarem Haarverlust geführt hat. Den Eltern kann sie keinen Grund für ihr Tun nennen. Sie sagt, sie wolle damit aufhören, könne aber nicht. Die ausführliche neurologische Untersuchung ergibt keinen pathologischen Befund. Wahn und Halluzinationen bestehen im Nicht. Wenn wir uns an dieser Stelle nochmal die Kriterien vor Augen rufen, die hier wichtig sind. Wir haben ja die Störungen abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle. Da haben wir eben verschiedene klassifizierbare Verhaltensstörungen zusammengefasst. Die sind dadurch gekennzeichnet, die Handlung, dass keine vernünftige Motivation vorliegt. Sie können nicht kontrolliert werden und die meist die Interessen des betroffenen Patienten oder anderen Menschen schädigen. Also keine Kontrolle bei den Verhaltensweisen, die die Person selbst oder eben andere Menschen schädigen. Der betroffene Patient berichtet von impulshaftem Verhalten. Ursachen der Störungen sind unklar. Und wenn wir da jetzt mal drauf eingehen, die F63.0 wäre das pathologische Spielen. Häufiges, wiederholtes, episodenhaftes Glücksspiel, das die Lebensführung des betroffenen Patienten beherrscht. Und zum Verfall der sozialen, beruflichen, materiellen und familiären Werte und Verpflichtungen führt. F63.1, pathologische Brandstiftung oder Pyromanie. Störung durch häufige, tatsächliche oder versuchte Brandstiftung am Gebäuden oder anderem Eigentum, ohne verständliches Motiv, durch eine anhaltende Beschäftigung der betroffenen Person mit Feuer und Brand. Das Verhalten ist häufig mit wechselnder innerer Spannung vor der Handlung und starker Erregung sofort nach ihrer Ausführung verbunden. F63.2, pathologisches Stehlen oder Kleptomanie. Störung charakterisiert, wiederholtes Versagen, Impulsen zu widerstehen, Dinge zu stehlen, die nicht dem persönlichen Gebrauch oder der Bereicherung dienen. Stattdessen werden die Gegenstände weggeworfen, weggegeben, gehortet, verschenkt. Dieses Verhalten ist meist mit wachsender innerer Spannung vor der Handlung und einem Gefühl von Befriedigung wehrend und sofort nach der Tat verbunden. F63.3, trichotillomanie. Bei dieser Störung kommt es nach immer wieder misslungenem Versuch, sich gegen Impulse zum Ausreißen der Haare zu wehren, zu einem beachtlichen Haarverlust. Das Ausreißen der Haare ist häufig mit dem Gefühl wachsender Spannung verbunden und einem anschließenden Gefühl von Erleichterung und Befriedigung. Diese Diagnose soll nicht gestellt werden, wenn zuvor eine Hautentzündung bestand oder wenn das Ausreißen der Haare eine Reaktion auf Warnphänomene oder Halluzinationen sind. Schließlich die F63.8, sonstige Abnormgewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle. Werden wir jetzt zur Argumentation kommen. Zwei Antworten sind hier zu wählen. Damit die A, eine 24-jährige Frau, stiehlt mehrmals im Monat ohne Motivation im Supermarkt Lebensmittel. Direkt vor den Diebstählen ist sie sehr angespannt. Danach spürt sie Befriedigung und auch eine Abnahme der Anspannung. Ganz wichtiges Merkmal eben dieser Störung. Die gestohlenen Lebensmittel, auch wiederum typisch, verschenkt sie. Zwischen den Lebstählen leidet sie natürlich an Schuldgefühlen, weil er das geläufig ist, weil sie keine Amnesie hat, weil sie nichts verdrängt, weil nichts gespalten ist und sie natürlich sich wie ein normaler anderer Mensch auch damit beschäftigt und also Schuldgefühle hat. Also diese Alternative A ist schon mal richtig. B, ein 30-jähriger Mann liegt einmalig, nur einmalig einen Brand ohne erkennbares Motiv. Nach der Tat, sagt eine große Erregung, beobachtet das Feuer. Also hier ist das mehrmalige Kommen nicht vorhanden, also falsch B. C, ein 17-jähriger Jugendlicher stillt mehrmals pro Woche eine Flasche Wodka, um diese nach gleich vor dem Supermarkt zu konsumieren. Nach seinem 18. Geburtstag trinkt er mehrmals pro Woche jeweils eine Flasche Wodka gleich vor dem Supermarkt, nachdem er sich diese zuvor legal gekauft hat. Bei ihm wurde eine Alkoholabhängigkeit diagnostiziert. Also auch kein Kriterium für Störung der Impulskontrolle. Also falsch. D, ein 42-jähriger Manager verliert beim Roulette im Casino bei jedem Ansatz mehrere hundert Euro. Und hier ganz wichtig, nachdem er von seiner Frau kritisiert wird, spielt er nicht mehr. Also einmalig, einfach Spiels, keine Sucht, keine Störung der Impulskontrolle, kein Glücksspiel, pathologisches Glücksspiel und so weiter. Also falsch. Schließlich E, bleibt ja nur noch die zweite übrig, aber auch hier die Argumentation, ein neunjähriges, normal intelligentes Mädchen reißt sich täglich Kopfhörer aus, was schon zu sichtbarem Haferlust geführt hat, ganz typisch für die Trichotilomanie. Den Eltern kann sie keinen Grund für ihr Tun nennen. Es kommt einfach so, es entsteht so, es überkommt ein. Sie sagt, sie wolle damit aufhören. Also die Einsicht ist vorhanden, derjenige will aufhören, das geht aber nicht. Die ausführliche neurologische Untersuchung ergibt keinen pathologischen Befund. Und auch psychotische Symptome, die Warnhalluzinationen bestehen nicht. Also auch das hier ein typisches Beispiel für Störungen der Impulskontrolle. Also richtig sind die Alternativen A und E.